Leute, ich habe heute einen neuen Chart gefunden, der uns ganz genau zeigt, in welchem Zeitraum der nächste Bullenmarkt starten wird und er zeigt uns auch, bis zu was für einem Kurs Bitcoin jetzt noch fallen kann. Des Weiteren können wir an diesem Chart auch erkennen, wie lange die Konsolidierungsphase anhalten wird, in der wir uns ja auch auf einem etwas größeren Timescale momentan befinden. Falls euch das interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Ich glaube, ihr wollt dieses Video nicht verpassen. Es ist nämlich wirklich für jeden relevant, der in Bitcoin investieren will oder jetzt bereits auch investiert ist oder halt eben auch aktiv tradet, genauso wie ich. Als allererstes, Leute, wir machen natürlich wie in jedem Video ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway. Falls ihr diese 50 Dollar hier in diesem Video gewinnen wollt in Bitcoin, dann müsst ihr nur eine einzige Sache machen und zwar diesen Kanal hier abonnieren, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button aktivieren, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung mehr verpasst und ihr müsst mir einen Kommentar schreiben mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse und gebt diesem Video natürlich auch sehr gerne mal einen Daumen nach oben. Vielleicht knacken wir ja heute bei dieser wichtigen Folge 1000 Daumen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Der Gewinner vom letzten Video wird natürlich wie immer am Ende dieses Videos hier ausgelost. Na ja, Leute, wir wollen gar nicht großartig drum herum reden. Schauen wir uns doch einfach mal an, was der Bitcoin-Kurs seit meinem letzten Video gemacht hat. Ihr wisst ja ganz genau, Leute, wir sind ja bei ungefähr 9800 Dollar haben wir ja angefangen, Long-Positionen zu eröffnen. Die habe ich auch in meinem letzten Video angesprochen. Ich habe jetzt heute Morgen meine Long-Position geschlossen. Solltet ihr momentan eine offen haben, ist es euch relativ selbst überlassen, ob ihr eure Long-Position schließen wollt oder nicht. Ich glaube, es wird keinen so großen Unterschied machen, aber ich wollte jetzt bei dieser Position, vor allen Dingen, weil es eine kleinere Position war, einfach mal die Profite sicher mitnehmen. Ihr wisst ja noch ganz genau, Leute, warum haben wir oder warum sind wir im letzten Video davon ausgegangen, dass Bitcoin die 11100 bis 11300 Dollar erreichen wird. Ganz genau hier wegen diesem Ascending Triangle, was wir hatten und wo wir ja auch einen Breakout nach oben gehabt haben, sogar mit Confirmation hier an der Stelle. Und da war ja dann unser Target ganz klar, was ich auch im letzten Video gesagt habe, 11100 bis 11300 Dollar. Wir haben es auch ganz genau bis zu den 11100 Dollar geschafft. Aus diesem Grund, Target erreicht, Long-Position für mich jetzt erstmal geschlossen. Aber es soll gar nicht großartig darum gehen, was der Kurs jetzt hier in den letzten paar Stunden gemacht hat, sondern wir wollen uns natürlich den Bitcoin-Kurs heute mal von einer etwas größeren Perspektive anschauen. Und Shoutout an der Stelle zu Sunny Decree. Der hat mich nämlich in einem seiner heutigen Videos auf dieses Chart-Pattern aufmerksam gemacht. Ich muss sagen, ich zeichne es etwas anders als er, aber ich muss sagen, die Entdeckung, die er da gemacht hat, oder ich gehe zumindest mal davon aus, dass er die selber gemacht hat, oder vielleicht hat er sie auch woanders gesehen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall habe ich sie in seinem Video gesehen. Das heißt, Shoutout an Sunny Decree. Man muss auf jeden Fall sagen, Leute, wenn wir hier mal auf den Daily Chart gehen, dann seht ihr relativ schnell, um was es hier momentan geht. Und zwar geht es hier um ein enormes Ascending Triangle, was Bitcoin hier momentan formt, was mir bis jetzt auch so noch nicht aufgefallen ist. Und wo ich seine Decree gerecht geben muss, ich habe es bis jetzt auch noch nirgendwo anders gesehen. Ich zeichne es eigentlich deutlich, ich zeichne es schon ein bisschen anders ein als er, was da jetzt die genau richtige Variante von ist. Das sei jetzt mal in die Luft gestellt, es ist beides sehr, sehr ähnlich. Und ich denke mal, ihr könnt auch schon direkt erkennen, um was es hier geht. Es geht eben um dieses große grüne Ascending Triangle. Und man muss natürlich, wie ihr wisst ganz genau, im letzten Bärenmarkt hatten wir hier dieses große Descending Triangle, hatten einen richtig, richtig schönen Einbruch, einen über 50%, eine über 50%ige Korrektur bei Bitcoin, nachdem wir aus diesem enormen Sunny Decree, hat es heute witzigerweise Megapattern genannt, als wir aus diesem Megapattern einen Breakout nach unten hatten, haben wir eine 50%, eine 50%ige Korrektur bei Bitcoin gesehen. Und was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich, dass Bitcoin hier eben ein großes Ascending Triangle formt, was natürlich ein bullisches Chartpattern ist. Vor allen Dingen ist es ein bullisches Chartpattern in dem jahrelangen Bullenmarkt, in dem wir uns natürlich mit Bitcoin momentan befinden. Man muss ganz klar sagen, hier der Corona-Dip hier an der Stelle, klar, den darf man jetzt hier, den muss man mehr oder weniger ignorieren, einfach aus dem Grund, weil ohne Coronavirus hätte der Bitcoin-Kurs auf gar keinen Fall hier diese fette Korrektur hingelegt, genauso wenig wie der Aktienmarkt natürlich so eine fette Korrektur hingelegt hätte. Und da wären wir dann höchstwahrscheinlich spätestens hier wieder gebounced und hätten uns jetzt, wir hätten eigentlich einen relativ ähnlichen Preisverlauf gehabt, bloß, dass wir halt hier diesen riesigen Wig nach unten nicht gehabt hätten. Und was man da jetzt ganz klar sagen muss, wir können wirklich sehen, dass dieses Ascending Triangle auch sehr oft bestätigt wurde. Dieses Ascending Triangle kommt eigentlich ursprünglich aus unserem letzten Bärenmarkt. Und zwar können wir hier sogar schon sehen, hier war das Ascending Triangle das erste Mal Support, hier war es Widerstand, hier war es Support und Widerstand, hier war es die ganze Zeit Widerstand. Und wir können auch schon sehen, sobald wir diese Widerstandslinien nach oben durchbrochen hatten, haben wir natürlich ein richtig fettes Run-Up auf über 14.000 Dollar gesehen. Wenn wir uns das Ganze jetzt weiter anschauen, hier haben wir einen wunderschönen Bounce gesehen. Hier kann man wunderschön sehen, war es immer noch Support. Hier hatten wir natürlich den fetten Corona-Dump, aber dann sieht man hier auch direkt schon wieder nach dem Corona-Dump, Bitcoin hat hier auch wieder dieses Ascending Triangle als Widerstand respektiert. Hier hat es dieses Ascending Triangle die ganze Zeit als Support respektiert. Hier hat es es auch wieder als Support respektiert. Das heißt, dieses Chart-Pattern ist auf jeden Fall noch mehr als valide. Wir können hier natürlich auch sehen, hier von der oberen Linie hatten wir jetzt hier zweimal Support. 12.500 Dollar ist wirklich das Level, was wir nach oben hin durchbrechen müssen, um hier auch ein Breakout aus diesem Ascending Triangle nach oben hin zu sehen. Wann genau wird das jetzt passieren? Spätestens müssten wir hier einen Breakout aus diesem Ascending Triangle an sich bis Ende diesen Jahres sehen, wie wir auch schon sehen können, bis an sich Ende Dezember. Spätestens müssen wir einen Breakout sehen, was, ich würde mal sagen, zu 70%, ich würde sogar sagen, zu 80% auf jeden Fall nach oben sein wird. Ein Ascending Triangle ist ein sehr bullisches Chart-Pattern. Das Marktsentiment bei Bitcoin ist momentan sehr bullisch. Wir haben immer mehr institutionelle Investoren, die reinkommen. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass wir uns generell bei Bitcoin seit Jahren in einem enormen Bullenmarkt befinden. Jetzt mal diese kleinen Bärenphasen von zwei Jahren oder sowas mal weggedacht, befinden wir uns immer noch in einem riesigen Bullenmarkt, ganz klar. Ich meine, das erkennt man ja allein, wenn man sich die Preisentwicklung bei Bitcoin über die letzten acht Jahre ranschaut. Da wird niemand den Faktor, sage ich jetzt mal, ignorieren, dass wir uns immer noch in einem ganz klaren Bullenmarkt bei Bitcoin befinden. Das heißt, die Breakout-Wahrscheinlichkeit hier aus diesem Ascending Triangle nach oben ist auf jeden Fall an sich bei über 80%. Das heißt, wir sehen bis Ende des Jahres an sich ein Breakout, was im Bullenmarkt dann starten wird. Und das so zu 80%. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die gesamte Weltwirtschaft nochmal abkacken wird. Alles wird komplett in Bach runtergehen. Vielleicht sehen wir dann hier einen Breakout nach unten. Und vielleicht sehen wir dann nochmal extrem niedrige Kurse bei Bitcoin. Aber dadurch, dass wir jetzt auch in den vergangenen Monaten gesehen haben, dass Bitcoin sich vom Stockmarket eher losgelöst hat und eher mit Gold korreliert hat. Das zeigt uns ja auch ganz klar, dass Bitcoin immer mehr an den Punkt kommt, auch in Krisensituationen, dass Bitcoin immer mehr an den Punkt kommt, dass es eben doch digitales Gold ist, dass es eben doch ein Safehaven-Asset ist. Und sollte die Weltwirtschaft nochmal einen größeren Hit wegen Corona oder wegen was auch immer nochmal bekommen, dann ist es natürlich ganz klar, dass Bitcoin hier als ein Safehaven-Asset dienen kann und dann eben zum Ende des Jahres hier vor allen Dingen nochmal ein bullisches Breakout mit einer Bestätigung. Wahrscheinlich starten wir zu, wie gesagt, über 80% wird das passieren. Und dann befinden wir uns natürlich in einem ganz kleinen Bullenmarkt. Wir lassen alle alten Preislevel hinter uns. Dieses Ascending Triangle hier hat auf jeden Fall ein Kursziel von über 20.000 Dollar. Das heißt, wir werden mit diesem Ascending Triangle, mit dem Breakout hier raus, auf jeden Fall ein neues All-Time-High erreichen. Also wenn diese 80% eintreten und wie gesagt, 80-20, ihr wisst ja ganz genau, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren. Und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass wir einen Breakout nach oben sehen werden. Und es ist zu 100% sicher, dass dieses Breakout hier nach oben uns dann auf jeden Fall auf neue All-Time-Highs katapultieren wird. Das heißt, ich persönlich erwarte neue All-Time-Highs Anfang 2021. Das ist so ziemlich genau der Zeitraum, wo ich neue All-Time-Highs erwarte. Ich denke, wir werden jetzt hier noch zwischen 12.500 und ungefähr 10.000 Dollar nochmal eine Weile hier konsolidieren. Das heißt, die nächsten paar Monate kann sein, dass es nicht allzu spannend wird für Bitcoin. Aber ihr dürft auf gar keinen Fall den Fehler machen. Und jetzt, wenn es dann nicht mehr so spannend ist, ihr dürft dann auf gar keinen Fall aufhören, den Bitcoin-Kurs zu beobachten. Denn ganz klare Geschichte, in 1, 2, 3 Monaten wird es auf jeden Fall wieder losgehen zu 80%. Und so einen Bullenmarkt will man nicht verpassen. In einem Bullenmarkt kann man wirklich life-changing Money machen. Also da kann man wirklich Geld verdienen, wovon die meisten Leute nur träumen. Selbst wenn man nicht allzu viel Geld hat zum Investieren. Natürlich vor allem mit dem aktiven Handel in so einem Bullenmarkt. Dann kann man natürlich wirklich mit sehr, sehr wenig Geld sehr, sehr, sehr viel Geld machen. Das heißt, ihr wollt diese Phase dann nicht verpassen. In dieser Phase wollt ihr unbedingt am Start sein. Deshalb, Leute, ich gebe euch nur den Tipp, in den nächsten Monaten solltet ihr den Bitcoin-Kurs auf jeden Fall im Auge behalten. Denn es muss nicht bis Ende dieses Jahres dauern. Es kann auch jederzeit passieren, nächsten Monat schon, übernächsten Monat schon, dass wir hier einen Breakout über die 12.500 Dollar sehen. Ein Breakout aus diesem riesigen Ascending-Triangle bekommen, was uns dann auf jeden Fall in kürzester Zeit, und das ist auch ganz wichtig, dieses Ascending-Triangle wird uns in kürzester Zeit, wenn ein Breakout nach oben stattfindet, wird es uns auf jeden Fall in kürzester Zeit auf neue All-Time-Highs katapultieren. Das heißt, Bitcoin-Kurs auf jeden Fall im Auge behalten. Diesen Kanal hier abonnieren, die kleine Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr zum Thema Kryptowährung verpasst. Wie gesagt, lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich denke, für dieses Video schaffen wir auf jeden Fall mal die 1.000 Daumen nach oben. Das heißt, falls ihr jetzt unter das Video schaut, die 1.000 Daumen nach oben sind noch nicht geschafft, dann macht das auf jeden Fall mal. 1.000 Daumen nach oben schaffen wir bestimmt. Und schreibt mir, wie gesagt, auch auf jeden Fall einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse in die Kommentare. Wir losen jetzt natürlich noch den Gewinner vom letzten Video auf. Ich möchte dieses Video wirklich so kurz und knackig wie möglich halten. Ganz klare Geschichte. Wir können jetzt hier noch ein bisschen konsolidieren. Den niedrigsten Kurs, den wir hier eigentlich noch erwarten können, muss man eigentlich sagen, sind eigentlich 10.000 Dollar oder etwas unter 10.000 Dollar, solange wir natürlich hier dieses große Ascending Triangle nicht invalidieren wollen an der Stelle. Das heißt, ich fange jetzt gerade bereits an, Long-Positionen zu öffnen mit kleinerem Hebel, Vierer-Hebel, Dreier-Hebel. Mit solchen Hebeln fange ich gerade an, Positionen zu öffnen, wo dann eben meine Liquidationspreise weit unter diesem großen Ascending Triangle hier liegen. Sollten wir nochmal ein Fake-Out oder sowas sehen, dass ich da auf der sicheren Seite bin und meine Positionen nicht liquidiert werden. Aber ich fange jetzt an über die nächsten Monate. Ich werde jetzt monatelang Positionen auf allen Exchanges aufbauen. Werde ich jetzt einfach anfangen, hier Long-Positionen aufzubauen, weil das wird höchstwahrscheinlich, wie gesagt, zu 80 Prozent das letzte Mal sein, wo wir Bitcoin in der Nähe von 10.000 Dollar sehen. Und das will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Diese Positionen, die man da dann hat, die werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass man im nächsten Bullrun nochmal das 3-, 4-, 5-fache von seinem eigentlichen Investment mitnehmen kann an Profiten. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man an der Stelle in Erwägung ziehen sollte. Falls ihr euch generell für dieses ganze Trading-Thema interessiert, Leute, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe euch da meine drei Lieblingsexchanges verlinkt. Leute, bei diesen drei Lieblingsexchanges bekommt ihr über 2.000 Dollar komplett kostenlos, wenn ihr euch mit meinen Affiliate-Links registriert. Mit meinen Affiliate-Links, wenn ihr euch damit registriert, unterstützt ihr mich natürlich auch. Aber wie gesagt, für euch ist es komplett kostenlos. Ihr könnt euch bei Bybit momentan noch 20 Prozent an Gebühren sparen, wenn ihr meinen Affiliate-Link benutzt. Alles Mögliche. Das heißt, ihr kriegt eine ganze, ganze Menge Boni, wenn ihr diese Affiliate-Links benutzt und mich natürlich damit auch unterstützt. Wie gesagt, deshalb macht das auf jeden Fall mal. Und wenn ihr noch überhaupt nicht wisst, wie das alles funktioniert, schaut euch auf jeden Fall hier dieses Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an. Da erkläre ich euch ganz genau, wie ihr diese ganzen Boni hier bekommt. Und plus, ich erkläre euch natürlich ganz genau, wie die Plattformen funktionieren und gebe euch noch den ein oder anderen Tipp und den ein oder anderen Trick mit auf den Weg. Das heißt, schaut euch auf jeden Fall alle drei Exchanges mal an. Registriert euch bei allen drei. Holt euch bei allen drei diese über 2.000 Dollar Boni zum kostenlosen Handeln ab. Und wie gesagt, das Ganze ist auch ganz klar hier auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber naja, Leute. Ich würde sagen, wir losen jetzt noch den Gewinner, wie gesagt, vom letzten Video auf. Schauen wir doch einfach mal, wer der glückliche Gewinner ist. Es ist der liebe, drumrollen River Terrain. Und da schreibt sehr informativ. Danke, freut mich auf jeden Fall, dass dir mein letztes Video gefallen hat. Ich hoffe natürlich, dir hat auch dieses Video hier wieder gefallen. Ich sende dir jetzt hier noch schnell deine 50 Dollar in Bitcoin. Ich hoffe natürlich, wie immer, du machst was draus. Zack, auf geht's. Wunderbar, 50 Dollar in Bitcoin an dich sind rausgesendet. Und damit würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in Updates in der Telegram-Gruppe oder natürlich höchstwahrscheinlich morgen wieder in einem Video. Je nachdem, was der Bitcoin-Kurs jetzt so macht. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.